Herzlich Willkommen bei Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Gold West Valley Map und immer noch beim Häckseln des Feldes. Da müssten wir die Hälfte haben schon mal. Die ist schon mal gut und es wurde viel abkassiert, dass ich jetzt im Minus bin. Naja. Müssen wir doch erstmal was verkaufen. Und da gab es nicht Pflanzensterben angemacht. Können wir dann erstmal was verkaufen. Und düngen lassen das eine Feld. Und dann können wir weiter häckseln. Und das ist erstmal die letzte Folge dieses Jahres. Dann geht es nächstes Jahr wieder weiter. Weil ich hab ja gesagt von 26. bis 29.12. kommen keine Videos. Sondern erst wieder am 2.1. als quasi nächste Woche kommen keine Videos. Weil das wir ja auch immer mit der Familie Weihnachten verbringen. Und deswegen kommen auch keine Videos. Genauso wie mit Silvester. Guck mal. Guck mal. Ich mach das Eis mit dem Fuß jetzt. Woh. Voll. Können wir den hier ausschalten. So. Dann können wir... Hier so Dings. Da können wir gleich mal gucken. Wie viel Prozent in die Silage... In den Silo ist. Besser gesagt. Und dann haben wir gespeichert. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr schreiben, wo ihr Weihnachten und Silvester feiert. Also ich denke mal Weihnachten bei... Mit der Familie. Und Silvester könnt ihr ja schreiben, ob ihr mit Freunden oder auch mit der Familie feiert. Weil ich mache alles beide mit der Familie. Ich finde es manchmal wichtiger, als hier mit Freunden Silvester und Weihnachten zu feiern. Weihnachten nicht, aber Silvester. 16% Gradisten. Kann man sich schon zu planen, schließen. Mal gucken, ob das überhaupt schon funktionieren würde. So, gibt man das hier auch schon ab. Da haben wir schon mal... Ja, wird 100 draußen. Nein, es werden keine 100, sondern 77. Jo, habe ich sogar richtig. Ich bin nur noch hier Verdisten. Ja, gehen alle zu heute. Da können wir erst mal was verkaufen. Dass wir nicht so im Minus sind. Dass wir vielleicht noch ein Schiebeschild... Ich weiß nicht, ob vielleicht geht das auch sogar so. Aber es klappt... Wir haben noch keinen Frontlader. Oder haben wir Frontlader schon... ...gekauft mit Schaufel? Nein. Also müssen wir doch verkaufen. Und zwar... ...haben wir... ...hab wir verkehrte Richtung. Das ist gut. Raps. Gommes. Wo ist hier Gommes Laden? Ähm? Und hier kann man ja alles anscheiden. Der Gommes Laden ist... da unten, weil die 25 Sekunden ist, okay. Da können wir Weizen zum Beispiel jetzt hinbringen. Da haben wir ein bisschen Geld schon mal für den Frontlader. Da können wir ja einen Case da hochbringen. Ah, dümmen müssen wir auch noch, das können wir jetzt gleich mal einstellen. Können wir jetzt mal zum Hof fahren. Das ist ja schon mal dümmend und ich fahre dann weg. So. Ja, haben wir schon mal die Hälfte vom Feld schon mal geschafft. Super. Und 77.000 haben wir reingebracht. Oh, ja, ja, jetzt muss er langsam mal düngen. Dann später noch mal zum Schluss noch mal düngen. So. Abkoppeln, anschmeißen. Und den Düngermittel hinten dran. Ne, das ist der Krupper. Achso, der ist beim Feld schon. In dem einen Feld ist der. Mal wieder speisern. Ich weiß gar nicht, ob der Autospeiser auch im, auf dem Surfer funktioniert. Und da muss man manuell speisern. Könnt ihr auch mal hinschreiben, ob ihr das wisst. Ob der Autospeiser auf dem Server funktioniert. So, dann kann ich hier düngen. So, jetzt können wir eher Weizen genau. Eine Fuhre Weizen. So viel haben wir gar nicht. Okay. Und dann denken wir mal Sojabohnen. Und zwar so ein Tonnen. Ten Tonnen. Wo ist denn der? Da, da vorne. Da und da. Okay. Können wir ja noch Sojabohnen noch verkaufen. Sojabohnen. Machen wir die ganzen Sojabohnen weg. So. Und los geht's. Können wir gleich mal hier fahren. Also eins war bei einem Shop in der Nähe. Und der andere ist da vorne. Und der andere ist da vorne. Machen wir gleich den ersten. Bei PON. Bei PON ist TENTON. TANTON. Das ist der Vollkreis. Kann doch nicht sein, dass der schon fertig ist mit Düngen, oder? Da ist bestimmt wieder ein Fehler passiert. Ah, hier müsste ich der, der Enne sein. Und zwar ist er. Da hier. Da rein müssen wir. Und zwar Sojabohnen. Also das Hintere. Auf I drücken. Genau. Ja, jetzt haben wir. Jetzt sind wir ein Plus. Okay. 7000 hat er es gebracht. Uh. Nicht so. 25. 25. Aber ich guck mal, was der Helfer hat. Oh, der. Ey. Ist nur eine Reihe gefahren. So was nicht. So. Mal gucken, ob er diesmal. Wie kann man am besten. Oh, kann man jetzt mal da lang. Oh, das Geld fließt aber weg hier im Winnertum selber. Oh, Heimatland. Oh, das ist ja gut. Ah, da ist jesene Kühle. Jetzt hier rein. Und ganz nach vorne. Na, jetzt habe ich gesagt 6000 ist das gleiche Schiebeschild. Wird sogar schon reißen uns. Mit uns, ja. Oder gibt es hier schon Gelage? Äh, Walzen. Walzen, ne Walze für Gelage. Gucken wir gleich mal. So, da rein und da hochwärts. Okay. Alles klar. Wollte ich auch mal was anderes zeigen. Nicht nur hier häckseln hier. Deswegen verkaufen. Weizen und Sojabohnen. Mal gucken. Wie viel er Weizen bringt. Hm, dann schon. Und zwar 8000 hat er jetzt uns gebracht. War nicht schlecht. Könnten wir sogar hier die Schiebeschild kaufen. Ich gucke mir nochmal in den Shop rein. So, und was haben wir denn hier? Wo ist, nein, ist dieses Ding. Ne, das ist nur Förderbandzeug. Das sind die gewisse Autos. Der ist als Mod. Kann man auch direkt von. Wett sexually. Oder das ist alles. Und erlangen. Genau, das ist wieder Trolley. Ach hier. Was ist das hier? Maschine, ähm, Feldzustand wieder her, Feldlöschen bei, aha, okay, was ist das hier, Verteilung, das hört sich gut an, oh mein Kind ist jetzt hier nicht, komisch, das hört sich wirklich gut an, wird zur Verteilung von Hexen gut verwendet, ah, das könnte man, ah, okay, naja, aber das so, nächstes Jahr geht's weiter, dann sag ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal, hau noch rein und schöne Weihnachten und einen guten Rutsch, bis zum nächsten Jahr und noch und dir geht's, Asphal, tschüss. Tschüss.